ein ein Bruder was geht Bruder das war eine Töte nicht die Schafe töten, die sind lieb Lass doch mal die Schafe in Ruhe wenn alles rumläuft über meine Höhle Soll ich ein paar Schafe töten? Aber erstmal mit dem Zombiespiel Spiegel 1.2 Riesenskrank und ich bin ich bin schon weg Boah Jürgen die Leber ich lebe Max ist für mich noch weil ich bin zufrieden woanders ein Tiefelstück ist schon wieder weiter gewandert nein nicht ganz guter krieg sich nicht ein bisschen Wolle ab ich habe gar nicht wenn du auch die Eingang findest das Leben wird ich bin ein bisschen mit Slime Spiel in Spiel ich hab sie noch 20 Slime und es wird Tag 20 es wird Tag na toll wo ich sie wollen gesammelt alle Pascale jetzt ist die Wolle ab euer Pader Schaaf getötet die Penner und da ich auch der Fassel es wird nicht töten es will auch nur spielen k es bleibt etwas Pfeil im Kopf hängt Schollers verkauft vorwessen zu essen und sterb ich habe die ausgebildet ich habe das noch ein viertel meines lebens ich brauche es sich die schwarze Anzeichen es ist schon mein Schaub-Krecher eine Rolle Sascha jetzt haben wir alle Schafe getötet Ruhr hat er hat er zu diesem Zeitpunkt ob die noch Wolle die nicht braucht und ihr Pinner um es hat sich zu Ende also ich bin der Filmfänger glaubt mir waren die Plan waren also das hat sich also müsste wissen er schätzt sich noch dafür aber hat er aber doch nicht irgendwann er hat er so bekommt er dann klar Köln und dann hat man ich sage nur also er bekommt morgen aus der Hartz IV darüber freut er sich schon richtig die Hauert worden der Kälter aber tun wir nicht ich hab nicht so etwas über dich gesagt jetzt werde ich aber auch böse und das ist zu viel hat sich im Finger also da aber er will doch was da muss ich nicht schämen vor der Leid er ist ich würde abbauen er hat erst auf der Verstattung das meint sich auch noch ein Wolle ok das ist das ist es ist ganz wichtig wir müssen sie alle töten das war bis 6 Komma zu uns und später wenn ich was hab dann wird es hin Tüten von so glücklich so überbaue ich mich da gerade auf keine Ahnung auf Schlagland das kann ich die Flachland und die Kürze überlegt aber ich kurz war auf KG hießen das war schon mal auf als G im Weg vom Gehör knapp für die Knapp vielleicht ab ich hab noch zu da liegt doch ein Apfel ich weiß wie kriegt man eigentlich nicht was ich hatte ich war eigentlich so muss auch Sachen den wird es wird Pascal jetzt bis ans Ende des Let's Plays bringen immer so bei ihm und mit der Zeit wird der Furz trocken er so wird das Geld ich weiß erlaubt doch nicht erlaubt du doch hier nicht jedes Mal wenn Sascha irgendwas draus hat werde ich irgendwas gegen ihn raus hauen denn den den Kampffahrzeugen aber der Unterschied ist dass du mal das gleiche rausfahren wirst aber schon mal über Saschas nächstes LP geredet ich hab gehört Bus Simulator sagt er weißt du schon Testaufnahme da mitgemacht habe ich gar nicht das erzählt mehr Sascha du hast die Testaufnahme gemacht ich hab noch nicht er hat jeden Teil ich weiß zwar nicht wie viel es gibt aber er hat jeden Teil bei sich zuhause liegen er hat die Betriebschläge Heimprojekt für Bus Simulator ist das geilste Spiel der Welt nein natürlich nicht da habt ihr gerade gehört was Sascha dazu sagt ich bin Max ich bin Max auch was kein Witzel okay ich weiß was meine Inseln wo ich mein Hausbau wo ich mich nicht hinzubekommen ich bin Max ist zu verraten was er braucht und das hat man so ein Witzel ich bau auf einer Insel das Mainz ich müsste vielleicht weiter definieren was du brauchst man verkauft ich brauch schlafen ich baue ein Haus am See oder im Meer am Arsch Max was kannst du nicht einfach sagen falls irgendwo eine Erdkabelstone Fahne entdeckt ist mein Haus das ist scharf ich will keine neuen Schwerter das ist schon mal ein schönes Startgebiet hier ich komme gleich zu euch ja ja wie soll man schon lange geträgt also so da komme ich zumal ich bin ich bin ich bin ich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Schmerz so das kann alles zeigen kann ja ich komme gleich bis der Leiter Einstieg der Entfernung wie wir auf Supernova Games auch die Namspring degenerte um wir also und zu von wie haben wir ein Name bei Lieblings die ganze Zeit von dann habe ich auch meiner das ist ein 4-2-Budarm eingegeben das war dem richtig so die wir nicht nennen dann kann und von Supernova Games und das hat uns gefallen Nein ich muss mich ins Bett legen das Schwimmbett ist voll gut ich hab jetzt ein Bett aber was ist es nicht nacht das weiß ich werde sterben muss wieder entschwimmen ja stirb ich auch stirb und diesmal ohne Holz Max so bist du eigentlich bist du jetzt im Dschungel geblieben? komm aber man verliert kein Leben wenn man Hunger hat ich bin eher so im Meer naja achso naja weil ich bin in so einem kleinen Wald neben dem oder klein ist jetzt noch klein ausgestrückt nichts gegen kleine Menschen klein ist noch klein ausgestrückt wie schon gesagt nichts gegen kleine Menschen klein bezieht niemand auf kleine Menschen doch jetzt schon ich blinde mal Sexen aus hab ich jetzt gerade echt verstanden Sascha ist das Sexmonster oder hab ich mich da verhört ich hab gesagt ich blinde jetzt mal das Sexen aus das ist der Pädo ja das heißt ein Pädophiler ja genau man kennt mich überall so in der Schule haben sie halt Angst um mich zu tun so ein Pädophiler hat vier Fingern also das wollte ich auch gerade sagen hä du fühlst besser als Pädophil dargestellt zu werden als er das Filmfänger hallo ja ja nachher steht nicht die A.G. Mitarbeiter vor der Tür sondern das FBI oder so naja FBI nicht FBI in Deutschland Pascal das ist aber abends nicht nicht die Pädophil hat sich gehen wie lange nehmen wir schon auf weiß ich nicht ich mach doch auch zwischendurch diese drei Sekunden lang so was sagt man auch mit ich weiß also ich mache hier nicht Profiaufnahmen mit Katzen das stelle wieder hätte ich draußen und ich hoffe es kann hängt das ist also ich glaube ich empfehle mal in den Galgen zu meinen Kurven zu bringen ja und wenn das Geld mit Scheiße macht kommt zu mir ich hab'n Galgen was mal Bucket machen und irgendwie so ein Ziedmord oder so einführen ja Hartz-Fierfänger haben auch sowas nicht jetzt geht's dann auf die Nerven Pascal ja schreibt in die Kommentare ob ich das mit den Herzinfektor das mit der Zeit unlustig ich würde auf die Nerven geht oder ob ihr es euch gefällt und ihr es weiterhören wollt und zwar nur von mir da die anderen ja sagen es geht auf die Nerven ja ich hab Kessel super ja ich weiß schon ein Penis boah besser als deins und nicht der war noch ein Penis aber trotzdem eine Riesenaufwahl ja also ich habe ein Penis trotzdem ist die Auswahl riesengroß du bist doch Bescheid ja definiert es uns bitte weiter ja und wenn euch unsere Videos gefallen abonnieren favorisieren kommentieren masturbieren ich sag nur so ein das werden diese Jungs da sehr oft sagen alles ist so ein lustiger Spruch von uns abonnieren favorisieren masturbieren kommentieren penetrieren er kündigt mir persönlich gefällt der Spruch aber nicht dass jetzt auf unsere Videos oder so was funktioniert wer zu einer Ehre für uns aber ihr müsst es nicht tun wenn ich es doch macht schreibt in die kommentare ich hab' ich hab' ich hab' auf eure Videos masturbiert ja also ich fand's ja angehören die kommentare werden wir sofort als spam markieren werden wir nicht nein hast du doch von der Aufnahme gesagt ich hab' gar nichts von der Aufnahme gesagt ach so ja er redet nicht gern mit uns was kann das so ist ich bin ich mir in 850 und könnte auch mal in die kommentare schreiben ob Max vielleicht mal aufnehmen soll wenn ihr die Prozent passkeits langweilig findet oder so was natürlich nicht ist ein bisschen schleim er möchte jetzt damit andeuten dass meine Videos langweilig werden wenn du die ganze falls du einst du meine attacke bekommst so ist es ist bei Ehrener schiener zum Fakt wenn sie kommt es sagt er hat was die Leute mit Herzinfarkt kommt einfach über ihn so das war mein Pascal kann Grardi beschämt wenn du sagst etwas gegen Leute mit Herzinfarkt ans Schweine es ist das schlimm als würdest du Ini Metz-Play-Mast-Bier das mache ich aber nicht Becken noch nicht schütteln wir dürfen hier gefürzt wird erfolgt in Kürze aus dem Betzschirm geht noch mit Doppelbett L und so viel das ist die Drogen er war kein Schmutter das so ja okay ich schon keine Mädchen und und auf die mit ihm es ist natürlich nur Spaß dass wir sagen dass das nicht ernst meint naja dass das ist wie du könnte ich schlafen doch ich bin ich habe noch kein Haus als ich habe ein Haus aber ich bin noch nicht fertig und Mongo macht den Erdmühle Nö. Man legt sich drauf ins Bett. Nö. Bin ich verrückt? Uh uh. Danke. Sag jetzt ja nichts Falsches. Falsches. Ja, dann legst du mal ins Bett. Pascale. Hallo. Hallo, ich hab noch keine Fuck in meinem Haus. Hey, Sport, Creeper in meinem Haus. Das wird dann lustiger. Du hast die Kaltling, Bongo. Es sporn keine Monster. Auf 50 Blöcken Entfernung oder was auch immer. Oder wenn Schank oder so blöd und sporn keine Monster. Warum? Woher weiß denn das? Es ist so. Wenn ich gleich tot bin, ey, dann gibt's Rache. Ja, da gibt's halt Rache. Wie erzählen die Leute den Fett? Okay, siehst du, und? Irgendwas explodiert oder so? Ja, ganz viel. Dem liegt's bei euch. Ja, klar. Wenn der Wither da ist. Bist du? Was da ist? Der Wither. Ja, denn. Den wollen wir doch spawnen. Ja. Dann finde mal die Skelettschädel. Ja. Geh ich jetzt nicht. Der Witherer zu finden. Vielen Dank.